Hallo, hier ist euer Solves Film mit euch im 24. Part Need for Speed Underground. So, wir haben es bald geschafft. Und mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. Nein. Ja, wir werden es jetzt schaffen. Oh! Jump! Jump! So gut, jetzt hat er zwei Stück noch. Oh! Oh! Komm schon! Nee, ich hab ja nicht. Okay, dann probier's nochmal. Oh! So, Kirby ist erster. Und wir sind zweiter, schonmal gut. Oh! Oh! Gut, er hat eine Feder gemacht. Schonmal gut. Hat er, wie gesagt, gut vermischt. Schlimm? Wow! Wow! Wow, das kam ohneher auf. So, da muss ein bisschen, wow. Ein bisschen Vorsprung gefahren. Und dann Abstand. Oh. Rest. Ich glaube halt nur, dass wir den jetzt noch überholen können. Komm schon, war. Komm schon. Bitte fährt er außen rum. Ja. Nein. Okay, danke. Nee, ich muss mal kurz was einstellen. Ah, Mann. Ja, du magst ja drauf einfach. Tut mir leid, aber wir müssen uns ja jetzt Stunden lang umsetzen. Ja. Oh, okay. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das gibt's doch nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt hoffen wir's hoffentlich So, zweite Runde Er ist ganz nah bei mir So, jetzt hoffen wir's hoffen So, jetzt hoffen wir's hoffen wir's hoffen Da ist alles noch drin. Ich schaue ihn. Der Wann! Boah. Noch ein Grundkurs, oh Mann. Ja, danke. Komm schon. Ah. Ich bin leid, Leute, aber... Ich hatte kurz was im Hals gehabt. Okay. Ja. Ich bin leid. 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 Komm schon. Ich bin leid. Gut, der ist festgauen. Gut. Ich bin leid. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, die letzte Runde Jetzt soll kein Fehler machen Wow, das war knapp Dieser wird knapp Komm schon Und Gewonnen Im ersten Versuch Im ersten Versuch Wow, ein Leck So I land rift Wow, ein Leck Ja, das Driften läuft bis jetzt ganz gut Okay, außer das, aber Wow, das ist ein guter Drif gewesen Let's, die vorletzte Runde bei der Schuhe Okay, das ist ein guter Driften Okay, wow Der war Cool, Schmeier ist zweiter, der Driften löste Ach, fahren wir an Drake ran Auf Medium Nochmal verneu Woa Geht schon Jetzt war das Geschäftsdang, aber gewonnen Oh So Homecourse, Drake Ah, wir haben auch noch einen Drake Das war ein Fail Und wir haben gewonnen Unbeliebbar Unbeliebbar Unbeliebbar, genau Ja Erster der Track ran ist Ich bin der beste Track-Rennfahrer Unbeliebbar 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 Oh Das war knapp Nein Das war knapp Ja Mal B dumiebbar So. Ja, ein bisschen den Ex-Spider getroffen, aber egal. In dem Spiel ist es ja egal, ob man jetzt an der Wand knallt oder nicht. Es gibt ja keinen Schaden am Auto, also... Boah, das war geil. Millimeter an der Wand gekommen. Millimeter. Auch hier die Wand geküsst, so. Warum jetzt nicht? Oh. Mal so. Geben. Run. Ja. 5000 S hat der Drift-Hangliste. Schau mal, reischtest du da? So, Runcurs und Sprint... Ach, der Sprint war mir noch. Ach, der Sprint-Rannen machen wir noch. Ich bin schon. Ich bin ganz schwer. Die Technik und Sprint hängen. Ach, der Sprint wird. Ich bin ganz einfach da. Ach, ich bin schnell dran. Ach, mir ist doch mal. Ach, ich bin ganz viel. Ach, ich bin ganz ein Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, das haben wir nicht geschafft. Ich habe gar nicht gedacht, dass es Trumming erst in der Lauf, aber naja. Was soll's? Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.